Die Republik Österreich verklagt die Europäische Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof. Dies, weil die Europäische Kommission Investitionen in Kernenergie und bestimmte Erdgasaktivitäten für ökologisch nachhaltig erklärt hat. Was es damit auf sich hat, mit dem wollen wir uns in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Die Europäische Kommission wird also wieder einmal von der Republik Österreich verklagt. Dies im Zusammenhang mit der Taxonomieverordnung. Die Taxonomieverordnung, wir haben in einer früheren Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht darüber schon einmal berichtet, regelt im Wesentlichen, wann Investitionen, wirtschaftliche Tätigkeiten als nachhaltig angesehen werden. In der Taxonomieverordnung wird der Europäischen Kommission auch die Kompetenz eingeräumt, durch Verordnung, durch einen Delegiertenrechtsakt, nähere Details dazu zu regeln, unter anderem, welche Aktivitäten dies sein sollen. Zuerst ist mit einem Vorteil aufzuräumen. Das Ganze spielt sich im Anwendungsbereich der Taxonomieverordnung ab. Das heißt, es wird überhaupt nicht berührt, ob ein Mitgliedstaat Kernenergie nutzen kann oder darf, ob ein Mitgliedstaat Erdgas fördern oder mit Erdgas irgendetwas anderes tun darf. Es geht lediglich um die Einstufung von Investitionen in diesen beiden Bereichen als nachhaltig oder nicht nachhaltig. Wie erwähnt, darf die Kommission hierzu nähere Regelungen auf Basis der Taxonomieverordnung erlassen, darf die Kommission auch unter anderem definieren, welche dieser Tätigkeiten als nachhaltig eingestuft werden. Dabei ist die Europäische Kommission allerdings an bestimmte Umweltkriterien gebunden und damit sind wir jetzt auch schon bei der Klage der Republik Österreich angelangt. Die Republik Österreich bezweifelt nämlich, soweit dies öffentlich bekannt ist, dass die Kommission im Rahmen der ihr eingeräumten Kompetenzen zur Erlassung dieses Delegiertenrechtsaktes geblieben ist, weil insbesondere der Aspekt der Kernenergie, so argumentiert die Republik Österreich, eben nicht diese Umweltkriterien einhält, die allerdings einzuhalten sind, um eine Tätigkeit als nachhaltig im Sinne der Taxonomieverordnung einzustufen. Der Europäische Gerichtshof ist nun berufen, darüber zu entscheiden.